Vom 16. bis zum 18. November findet im Coworking Space bei uns wieder das Startup Weekend statt. Mittlerweile sogar zum vierten Mal. Und ja, es geht ums Unternehmen gründen, um Startup Atmosphäre, um in 48 Stunden die Ideen so zu konzentrieren und so auf den Punkt zu bringen, dass am Sonntagabend dann der Notar sagen kann und jetzt machen wir ein Startup draus, ein echtes Unternehmen. Und ja, es ist schön zu sehen, also ich bin wirklich gerne auf diesen Events, auf dem Webmontag, auf dem Barcamp und Startup Weekend ist auch so ein Event, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Am Freitagabend geht es los bis Sonntag. Wir haben dieses Jahr auch ganz besondere Specials dabei. Wir möchten nämlich von Samstag auf Sonntagnacht gibt es einen Hackathon, also auch wieder Coden für alle die, die Entwickler sind und die gerne programmieren. Und am Sonntag möchten wir dann auch das FabLab bei uns haben, dass die Leute, die die Ideen haben, die die Geschäftsideen haben, dass die die dann gleich umsetzen können, dass die die ersten Prototypen von ihren Produkten entwickeln können. Und ja, ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich einladen, euch anzumelden und teilzunehmen. Das wird großartig.